Hallo YouTube, hier ist wieder euer GrachTV zu einem neuen Brand, neuen Let's Play The Forest auf meinem Kanal. Und wir spielen erstmal ganz normal im Singleplayer, später irgendwann in weiteren Folgen im Cop-Modus. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal, ne? New Game. So, da bin ich ja mal gespannt. Sofort starte ich das erste Mal. Ich habe mich ein bisschen erkundigt. Man sollte auf jeden Fall, bevor wir komplett aufhören mit der Aufnahme, ein Haus stehen haben, damit wir speichern können. Ne, es geht weiter. So. Oh, ich könnte überspringen. Unten steht das. Ah, man kann sich schon bewegen. Okay. Ah, der Sohn. Hallo, Schätzchen. Kann ich dich wegboxen? Nein. Ja, schönes Flugzeug von der Lufthansa. Keine Ahnung von wem. Oha, was passiert? Oh, oh, oh. Das ist sehr mies. Okay. Oh, wer ist das denn? Hey, das ist, das, 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 das ist mein Sohn. Hilfe. Oh, jetzt habe ich übersprungen. Entschuldigung. Scheiße. So, ich versuche, naja, Tonaufnahme zu regulieren. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr laut. So, machen wir mal Position. So, mmmm. Wo steht denn Sound? Sound Musikvolumen. Und Volumen. Okay. So. Oh, Blut beschmiert. Okay. So, hier liegen ein paar Sachen. E. Ah, für Essen. Tabletten. Die Waffe habe ich automatisch aufgenommen. Okay. So, dann nehmen wir erstmal alles hier mit. Mit E. Was liegt da hinten noch? Noch was zu essen? Ähm, ich spiele in komplett High-Aufnahme. Das ist mit dem Rechner machbar. Oh, du armes Ding. Wo ist denn das Vorderteil vom Flugzeug? Liegt bestimmt hier irgendwo zerscheppert durch die Gegend rum. Was haben wir hier noch? Einen Stein. So. Einen Koffer. Ah, Pillen, Anziehsachen, oder was das jetzt war, was wir mitgenommen haben. Hier liegen überall Koffer. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Einen Tennisball. Nehmen wir an. Achso, den kann ich... Äh, werfen. Okay. Ähm, so wie ihr auch seht, mittlerweile auf meinem Kanal laufen auch PC-Let's-Plays. Ähm. Liegt daran, dass wir mal ein bisschen Abwechslung kriegen. Auf dem Kanal hier. Und jetzt kommen auch andere Projekte bald. Oder im letzten Laufe der Tage. Ich kann es noch nicht sagen. Auf jeden Fall geht es hier wieder voran. So, und ich glaube am besten suchen wir uns jetzt mal eine Stelle. Wo wir uns was bauen. Ein Häuschen oder so. Oh, was haben wir denn hier? Ah, Blaubeeren, oder was? Ah, die kann ich auch kaputt machen, die Büsche. Kriege ich davon was? Ne. Okay. Crafting-Made, okay. Okay. Alles klar. Hier hätten wir noch mehr zu essen. Ist das schon... Ist das ein Haus? Okay, hier ist ein Haus. Hier hängen auch schon Arme. Was ist das denn? Hier gibt es kein Haus. Es sieht schon mal nicht schlecht aus, das Teil, aber ich weiß nicht, was die hier gemacht haben. Auf jeden Fall hängt hier ohne Ende... Oh, hier kann ich was essen. Oh, das war nicht scheiße. Okay, das ist ein Lager. Ich mobs den, aber trotzdem mal alles, was die hier haben. Weil noch sehe ich ja keinen. Oh. Kommen wir hier runter? Ich weiß nicht. Wir sollten uns auf jeden Fall mal ein Eckchen aussuchen, was vielleicht ein bisschen gut zum Bauen ist. Ich würde am liebsten auch im Wald bauen eigentlich. Weil das sieht für mich cooler aus. Wenn man jetzt hier so ein Häuschen hinbaut... Wollte mal crafting, war B, ne? Dann gucken wir mal uns nach dem Häuschen. Okay, okay, okay. Häuschen. So. Haben wir noch andere? Nein, wir haben nur die. Ähm. Setzen wir uns erstmal so ein Teil hier hin, oder? Wo ist denn hier der Ausgang? Die Tür? Hat das Ding keine Tür? Oh, jetzt habe ich das schon mal hingesetzt. Egal. So, wir brauchen 13 mal Holz. Und gucken wir mal. Und dann nach und nach bauen wir größer. Aber erstmal müssen wir mal gucken, dass wir, äh... Hier wird gemeistert bekommen, ne? So, Leute. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne helfen. Bitte schreibt in die Kommentare. Ähm, da würde ich mich echt drauf freuen, wenn ich Hilfe bekomme. Wie gesagt, ich spiele das das erste Mal. So, vorerst. Hätte ich schon früher anfangen können mit, aber... Wir fangen jetzt damit an. Ah, doch, da ist die Tür. Okay. Wir brauchen zumindest schon mal erstmal ein kleines Häuschen. Entschuldigung. Ähm, das ist uns hier nichts passiert, ne? So. Damit wir hier schon mal safe sind. Ich weiß nicht, warum ich hier rumlaufe, aber ich glaube, da bringt was. So, der Baum. Hi. So, dann bauen wir mal. Zack, zack, zack. Brauchen wir noch sieben? Zwei? Haben wir nochmal? Ich bin froh, wenn das schon mal fertig ist. Ich weiß noch nicht, wie lange das hier hell bleibt. Habe ich keine Ahnung von. Ich habe auch keine Ahnung, was wir uns für Monster hier erwarten. Oder Tiere. Noch habe ich keinen gesehen. Wir waren zwar schon an so einem Lager. Aber passiert ist uns nix. So. Nehmen wir das mal mit. Äh, Hasen. Das waren Hase. Drei Stück brauchen wir noch. War eine blöde Zahl. Äh, lag hier nicht noch einer? Egal. Wie gesagt, Leute. Wenn ich irgendwas falsch mache, schreibt mir bitte einfach in die Kommentare. Ich werde das auf jeden Fall verbessern. So. So. Ähm, die Folgen wären 20 Minuten. Kann auch mal sein. Ähm, wenn Aufnahme vorbei ist, dass die Folgen auch mal weniger werden. Oh, ich kann nicht mehr schlagen. Ich habe zu wenig Energie. Jetzt kann ich aber wieder. Okay. Ähm, was haben wir jetzt überhaupt an Medikamenten? Ne, ist Energy. Hier ist Medikamente. Tücher, Holstück, Steine. Was ist das denn hier? Passagierliste. Blanktee. Kann man die Leute finden? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ähm, wie kriege ich denn die Liste jetzt wieder weg? Indem ich hier drauf drück, bestimmt. Okay. Wir brauchen jetzt erstmal das Haus schnell vorbei. Fertig. Und dann sollten wir uns... Oh, was ist denn jetzt mit der Maus? Grafik hier los. Nein. Das Haus ist safe. Ah, hier kann ich... Ah. Hä? Wo denn? Z für schlafen. Aha. Oh, jetzt ist es aber dunkel. Ich glaube, das war nicht so schlau, ne? Ähm, wir speichern aber, glaube ich, schon mal eben. Äh, da festhalten auf... Achso, ich dachte, ich könnte jetzt hier einen Namen eingeben oder so. Ich glaube, das Einzige, weil ich jetzt nicht so schlau war, dass ich geschlafen habe. Und wir jetzt dunkel haben hier. Okay. Ich hoffe, uns passiert hier nichts. Wir gucken uns mal in der Zeit das... Ah. Das Baumenü an. Gucken, was wir noch hier so drin haben. Da steht Feuer. Ah, Fackeln. Lagerfeuer. Zum Essen. So, hier sind die verschiedenen Häuser. So ein Haus will ich hier. Genau, das wäre das, was ich haben möchte. Später. Ja, wie gesagt, ich habe mich schon ein bisschen erkundigt über das Spiel. Ein bisschen gelesen. Das ist, wir brauchen auch ganz wichtig, ist eine Wasserschale. Blumenbeete. Für Medikamente. Äh, für, für Fleischaufhängen und sowas. So. Stick Sammeldings. Click the place. Äh. Ist das dieser Holzfagen, mit dem wir Holz fahren können? Ja, ne? So, verschiedene Snackbar. Medikamenten. Okay. Oh, mit dem Englisch kann ich nichts anfangen. Genauso wie wenig mit dem hier. Ich weiß gar nicht, wofür die beiden sind. Ähm. Oha. Leute, ihr müsstet mir auf jeden Fall helfen. Das wäre echt nice. Ah, hier sind Treppen. Okay. Steinwände. Hier ist noch irgendwas zu. Ja, die sind auch gut. Was ist das da? Keine Ahnung. Äh. Da haben wir unsere Mauer. Ah. Verschiedene Hütten für Baumhäuser und so. Auch cool. Türen. Fenster. Treppen. Äh. Ein zu viel. Was ist das denn? Zapp-Collector. Okay. Für die Bäume. Aha. Bett. Woodbank. Äh. Hier haben wir verschiedene andere Sachen. Köpfe. Fallen. Fallen aller Art. Hier wollte ich mal was gucken. Hier haben die doch die Häuser nochmal, ne? Äh. Die Häuser. So. Krass. Was ist denn da? Äh, gut. Okay. Ähm. Sechs Walks. Wofür soll das denn sein? Äh, Energy. Aha. Ich kann immer noch nicht schlafen. Wie lange dauert das denn ungefähr? Äh, Leute. Ich hoffe, ihr seht jetzt was. Äh, warte mal. Ich kann auch ein Feuerzeug benutzen. Ja, hab ich richtig gelesen. Ich würd sagen, wir ziehen uns hier eine Mauer rum. Ich mach jetzt mal kurz das Bau-Menü nochmal auf. Such mal eben die Mauer. Das ist die, ne? Wir ziehen uns jetzt erstmal hier eine einfache Mauer rum. So. Ach du meine Güte. 55 Stämme Holz. Ähm. Wir sollten aber nicht vergessen, uns eine Tür hier reinzubauen. Ähm. Die machen wir hier ein bisschen rein. Ja. So. Dann machen wir uns hier ein Fenster rein. So. Und da ein Fenster. Ah. Was? Kann man die auch fällen? Okay. Man kann hier halt so, wie es aussieht, alles machen. Gucken wir mal. Das war schon mal ein bisschen anfangen, damit wir die Mauer schon mal wegfertig kriegen. Wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, ich brauche eure Hilfe. Noch spielen wir alleine. Wir machen auf jeden Fall irgendwann mal einen Server auf. Oder ehrlich gesagt, Spiel auf online. Da könnt ihr alle mal mit reinkommen. Und dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Holz liegen. So. Oh. Okay, dann nehmen wir mal... Oh, Stöckers. Oh, Stickies. Ähm. Die Maus ist ein bisschen schnell eingestellt, glaube ich. Warten wir mal, ich muss mal eben nochmal... Oh, das hängt jetzt hier auf. Safe. Ja. Ähm. Mausempfindigkeit. Sag mal. Ne, das war nicht die... Maus. Das war nicht die Mausempfindigkeit, glaube ich. Haben wir denn nichts? Der ist trotzdem so befindlich, ne? Okay. Ähm. Ne, dann lassen wir die Einstellung mal komplett nach oben. Okay, das geht komplett gar nicht. Dann machen wir die mal komplett nach unten. Ja, so sieht besser aus. Ich glaube, so ist... Ja, so ist... Aber warten wir. Hier ist auch noch einer. Oh. Oh, hier sind ja noch einige. Ja, Leute, wenn ich zwischendurch einmal nicht rede, dann kann es sein, dass ich mich ein bisschen konzentriere. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Und ihr verzeiht mir das. Also ich bin froh, noch werden wir nicht angegriffen. Ich hatte mir mal ein Video angeguckt, das war ja übelst. Äh, das erst mal. So, jetzt fehlen wir noch 45. Nur noch. Mhm. Damit werden wir jetzt mal ein paar Folgen wahrscheinlich beschäftigt. Wobei, eigentlich nicht, ne? So. Ach, oh, oh, wir brauchen Futter. Äh, eins Snickers. Äh, äh, Wasser. So, wollten wir mal auf Futtersuche auf jeden Fall gehen. Nehmen wir direkt mal ein paar Bäume mehr in Richtung. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit immer hin und her rennen, ey. So. Ja, das sieht ja gut aus. So, dann nehmen wir uns schon mal hier die Äste. Ähm, wo sind die Nächsten? Hä? Das war doch nicht alles, oder? Ähm. Die sind bestimmt jetzt drin, oder? Wie kommen wir jetzt hier rein? Ah, einfach gegenlaufen. Okay. Realistisch. So. Ähm, hallo? Ah, hier in unserem Beiz haben wir auch noch Bäume. Die sollen wir natürlich auch mal mitnehmen, ne? So, der nächste Baum, der runterfällt. Erstmal die in der Beiz. Die stehen uns eh noch im Weg hier rum. Hau endlich ab! So. Hallo? Ah, wir sind wieder beschäftigt, aber ich mach mal. Er hat jetzt die Maus wieder anders eingestellt, okay. Das macht natürlich auch den Sinn, warum hier nix, äh. Ah, nein. Nein, nein, nein. Das war jetzt der Sound. Na, die machen wir mal auf so. Äh, okay. Save. Back. Ja, ich weiß auch nicht, wo meine Maus so schnell eingedings ist. Ähm, haben wir hier auch noch einen? Ach, du meinst. Wie viele Bäume haben wir denn hier in unserer Basis? Und ich fang natürlich, so wie ich mich selber kenne, überall wieder an. Aber egal. Das macht natürlich auch den Sinn, warum hier nix, äh. Ah, nein. Nein, nein, nein. Das war jetzt der Sound. Na, die machen wir mal auf so. Äh, okay. Save. Back. Ja, ich weiß auch nicht, wo meine Maus so schnell eingedings ist. Ähm, haben wir hier noch einen? Ach, du meinst. Wie viele Bäume haben wir denn hier in unserer Basis? Und ich fang natürlich, so wie ich mich selber kenne, überall wieder an. Aber egal. Aber egal. Also,